Bio-Qualität wird heutzutage großgeschrieben. Inge und der Honigbär ist wirklich ein Prestige-Gin und es macht wahnsinnig viel Spaß, diesen in einer hochkarätigen Community vorzustellen. Tonic Water ohne Alkohol ist ginnlos und wir haben ganz viele verschiedene Gins, aber um den Gast und den Verkonsumierer einen Spannungsbogen aufzubauen, haben wir unseren Gins Nummern gegeben und es fehlen auch Nummern immer wieder zwischendrin und das macht es umso interessanter und spannender, alle Nummern daheim im Regalstehen haben zu wollen und sich einfach mal in die Materie einzutrinken und zu schauen, welche Nummer am besten zu einem passt, wie beim guten Parfüm und da wünsche ich allen ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.